moin moin und hallo babo hat mir wieder etwas geschickt und zwar exodermin premium es ist ein nagel und hautpflege fuß creme döschen 50 milliliter es bedeutet für uns pflege für schöne füße für glatte und glänzende nägel und für einen angenehmen duft pflegende und natürliche fuß creme haben wir hier für gepflegte und ein schönes aussehen unserer füße für glatte und glänzende nägel natürliche herkunft wir haben einen sehr adäquaten angenehmen geruch und es kommen angenehme natürliche zutaten zum einsatz dadurch kommt das produkt zu einer guten verträglichkeit es ist ein pump spender der die applizierung ganz einfach macht um diese fuß creme auf unseren fuß zu verteilen eine fuß creme ist ein hautpflegemittel zum ein cremen der füße nach dem waschen sollten unsere füße mit dieser fuß creme eingerieben werden die zehn zwischenräume sollten dabei wenig bis gar nicht eingekremmt werden weil ansonsten könnte es dort halt zu irritationen kommen also nicht durch das produkt sondern durch die feuchtigkeit die dort entsteht dann fuß cremes sind meistens wasserhaltige emulsionen wie diese hier die je nach der gewünschten wirkung zusätze enthalten wodurch auch hier dann unterschiedliche aktionen stattfinden können denn hier drin ist panthenol das ist ein wirkstoff der oft in wund und heilsam heilsalben eingesetzt wird das ist sehr sinnvoll denn panthenol kann hervorragend durch salben und cremes von der haut aufgenommen werden und die zellneubildung stimulieren so heilt die haut schneller aber man kann natürlich noch mehr diggers panthenol wird auch als pro vitamin b5 oder dex panthenol genannt die heilende wirkung ist ganz klar klinischer wiesen panthenol ist extrem gut erforscht der erste wundbalsam mit dex panthenol kam vor über 70 jahren auf den markt kaum ein wirkstoff wird bereits so lange verwendet wir haben hier ein sehr gutes produkt die haut schützt sich vor krankheitserregern wie zum beispiel virenbakterien oder pilze bei wunden und schürfen kann die haut die übliche barriereform nicht übernehmen und unser organismus ist besonders anfällig deshalb ist die reinigung von wunden sehr wichtig und panthenol hilft unseren körper schnell wieder eine haut zu entwickeln so dass sie wieder also unser körper wieder vor bakterien und anderen reizen geschützt sein sollte das heißt daumen hoch für panthenol dann ist glycerin drinnen jeder denkt jetzt glycerin nitroglycerin wird das explodieren nein beim glycerin handelt es sich um ein zuckeralkohol der aufgrund einer wasserbinden und feuchtigkeitsspendeneigenschaft sehr oft verwendung in haushaltsprodukten sowie auch in lebensmittel und kosmetik findet also glycerin ist nicht explosiv alles chillig dann haben wir ethanol noch mit drinnen ethanol hört sich auch mal so böse an ist das aber nicht das ist einfach nur alkohol und der alkohol ist dann dafür da um als lösungsmittel zu fungieren dieses produkt hier exodermin premium ist eine pflegende fußcreme welche wunden und risse vermeiden und die füße seidig zart machen kann wir verabschieden uns von unangenehmen gerüchen juckenden füßen und ungesunder nagelfarbe denn das gute alte exodermin premium kann uns dort absolut weiterhelfen die symptome von nagelpilz machen sich beispielsweise durch glanzlose stumpfe nägel die gelblich verfärbt sind bemerkbar diese nägel können brüchig werden oder ein teil des nagels kann sich sogar vom nagelbett lösen wir können exodermin premium zweimal täglich auf unsere gereinigten und trockenen füße auftragen und die flüssigkeit und der dampf sind entzündbar wegen dem alkohol das darf also nicht in die hände von kindern gelangen von hitze heißen oberflächen funken offenen flammen sowie von anderen zündungen sollten es fernhalten wir sollten beim anwenden nicht piefen der inhalt der behälter nicht sollte danach wenn er leer ist im haus mehr entsorgt und gemessen regionalen oder nationalen vorschriften entsorgt werden und schmiert euch nicht unbedingt in die augen aber schmiert euch auf eure nägel auf eure füße denn dann geht es euren füßen besser sehr gut geeignet zur nagelfuß und hautpflege sehr einfach in der anwendung einfach nehmen mit den füßen die braucht euch auch nicht irgendwie davor schützen ihr könnt eure ganz normalen fingerchen benutzen und damit ganz gechillt abends und morgens eure füße ein cremen ihr braucht doch gar nicht so viel gar nicht so viel braucht ihr einfach so dass sich eine dünne schicht exodermin exodermin premium auf euro premium füße gelegt hat und schon könnt ihr wieder richtig gut riechende und zarte füßchen und nägel aufweisen wo er es bekommt natürlich von babo ich habe euch den link in die beschreibung gepackt babo selber ist ein großes internet versandhaus welches eine riesen auswahl an diversen produkten aufweist darunter sehr gute beauty produkte zu nice and price das hier ist exodermin premium es ist ein nagel und hautpflege fußkränchen 50 ml sind drin das heißt damit kommt ihr schon eine zeit lang aus es ist eine pflege für schöne füße um die füße noch schöner zu machen für glatte und glätzende nägel und es bringt uns einen angenehmen duft mit sich ich sage vielen lang fürs zuschauen bitte abonniert mich gibt mir ein positives feedback und bis zum nächsten mal sohn sohn